BATTLE ROYAL Zur Sicherheitszone vollstoßen. Das Gas nähert sich schnell. Mit der Tür. Feindlicher Soldat! Wo ist denn, wo hast du mitbeut? Der hat mich direkt mit der Tür aufgenommen. Tja, ich hab denen, die so landen können, dass sie mich so gut im Wissen nehmen. Legen immer wieder drüber. Feindliche Drohne ist aktiv. Alles ist Mörder. Feindliche Drohne ist aktiv. Im dritten Stock drinnen müsste auch was sein. Im Lips, ja. Es war leid. Kopfgeld-Ziel bestätigt. Beeilen wir uns. Das Kopfgeld-Ziel ist ausgebreitet. Wundervoll. Das ging schnell. Vorwärtskiste identifiziert. Position wird markiert. Ja. Ich hab den Kopfgeld-9-Visier gehabt. Tja. Wohin wir den Auftrag, wenn ich vermiet... Kopfgeld-Ziel markiert! Mach sie fertig! Feindliche Drohne ist aktiv! Verholt die Fressen Geben wir vier in den Haber Na na Wenn sie Lodert hindurchs Die können sich auch Lodert holen Ja, wenn meine Abos an Oh fuck Ich habe sie sich auch Lodert holen Sein Lodert Sein Lodert Sein Lodert Sein Lodert Sein Lodert Sein Lodert Ah, der ist da Ja Wo? Wir sehen uns Wir sehen uns Wir sehen uns Wo kommt er? Da wird ein zweiter stehen Ja Ja Genau Sehr schön So aufheben sollte ich dich, oder? Ja, ich habe mich auch gebeten Ich verstehe nicht, warum sie sich überhaupt drauf hat Ich bin eigentlich weggeflogen Dann bleibt der Charakter auf einmal hängen Äh Ist ja scheißegal Brauche ich nicht davon fliegen Wenn die Sicherheitszone erreicht wird Einige Pforte Das nehmen wir schön mit Ausrüstungslieferung ist unterlegt Siegeskanone Letztes Mädchen Uh, letztes Mädchen Boah Er möchte mich so glücklich messen Wie ist das? Schon Selbst Ausrüstungslieferung ist unterwegs Ausrüstungslieferung ist unterwegs Das Gas breitet sich aus Sicherheitszone wird verlegt Das Gas breitet sich aus Mhm Gehen wir wieder zurück, drüber. Gehen wir wieder. Was? Zehn Leute nur noch. Was? Da stimmt irgendwas nicht. Dann mach langsam wieder. Mach langsam, alle. Gehen wir wieder fahren. Da ist der Treffpunkt. Oben im Raum drinnen. Ich folge Ihnen. Ja. Ich bin wieder raufgerannt. Ja, ich kann wieder in den Dreck. Ja, da. Wer war's? Der Treffpunkt. Reden sich gerade. Und so ein Gasding mit, gell? Ja. Wo hast du schon grenzt? Ja. Damit kann man in Gas bleiben. In der gewissen Teil. Das Gas nähert sich wieder. Ich krieg's zum Lodert. Ich krieg's. Du bist die Ghosten, oder was? Ja. Ja. Ich bin schon ghosted. Feindliches Team macht Jagd auf dich. Sei keine Beute. Du bist gejagt. Tanja ist aktiv. Na wo echt? Feindliche Drohne ist aktiv. Feindliche Drohne ist aktiv. Die Zeit ist's. Die Zeit ist's. Die Ziel nicht erreicht. So jetzt geht's. unter den letzten fünf klasse du hast sie müssen irgendwas stimmt wirklich nicht weil es kann jetzt unter fünf leute jetzt hast du das selbster zahlen die da darf ich oben gehen Obwohl Ok Die Hälfte haben deine Stur verloren Du bist sicher Drohnen Treibstoff aufgebraucht Rückkehr zum Auf... Das kommt Drohnen Treibstoff aufgebraucht Drohnen Treibstoff aufgebraucht Verbündete Drohne in der Luft Stöbern wir sie auf Oh mein ne Obwohl ich höre beim Breze Was sind beide da? Ohne Breze Du schießt Da laufen wir zusammen auf die ja Ohne Gasmasken Oh mein ne Ja Mal schauen wo das Ding hingeht Die Zunge Und dann runter Guck mal Direkt unten Die von hinten Geil der ist auf das Haus Und dann glaubst du nicht dass die anderen drauf gespielt sind und du hast halt nie gekommen Wir gegen die zwei andere gell Ja Die kommen nicht da oben Habts gesehen Ich glaub sie sind da drinnen Übermitte Koordinaten Feindliche Drohne ist aktiv Er war schon der Ping glaube ich Ja Flücht Blut Also Flücht Blut Flücht Blut Flücht Blut Ah Flücht ein Flücht Ich bin auch K.U., der ist oben bei dir im Dach. Danke. Der andere ist oben bei dir. Wo ist der? Wo ist der? Präzisionsluftler Katarine. Das Gas breitet sich aus. Auf Sicherheitszone verlegt. Du oder er? Ja. Das Gas breitet sich aus. In der Sicherheitszone ist es noch weit. Mir nach. Also auf der Lunds von oben runter. Ja. Mir ist wohl dolly. Ja. Mir ist wohl dolly. Hehehehe. Hehehehe. Ja. 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 Ich hab ihn nicht. Ja. Ah ah. Oh ja. Warum hab ich zwei Stapfels und du noch einen? Weil ich ihm da einen umgeschossen hab. Wirklich? Der letzte oder was? Ja. Ich hab was noch nicht gestanden gebracht.